Am Freitag kommt endlich das Christkind. Bis dahin läuft allerdings das Wettrennen um die besten Geschenke mit Hochdruck. Der Ansturm auf die Geschäftsstraßen und Einkaufszentren gehen verstärkt weiter. Eine aktuelle Studie von willhaben.at zeigt, 22 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen kaufen erst wenige Tage oder am Vortag des Festes ihre Geschenke. Vor allem die Männer gehen es sehr spät an. 27 Prozent sind Last-Minute-Käufer. Die Geschenkeindustrie ist perfekt abgestimmt. Derzeit regt die Post eine Millionenpackerl täglich aus. Pakete, die heute erst verschickt werden, werden nicht mehr rechtzeitig an Heiligabend ankommen. Auch deswegen ist der Andrang auf die Shops besonders groß. Heute ist der wichtigste Tag im Lebensmittelhandel im ganzen Jahr. Mit Schlangen vor den Kassen muss ebenso gerechnet werden. Trotz Pandemie ist das Christkind heuer aber so spendabel wie vor Corona. Laut Studie des Handelsverbands geben wir zusammengerechnet 1,2 Milliarden Euro aus. Das Geschenkebudget jedes Einzelnen beträgt im Schnitt 463 Euro. Zum Vergleich, im Jahr vor der Corona-Krise lag diese Summe nur um einen Euro höher, also 464 Euro. 2020 im ersten Corona-Jahr gaben wir übrigens nur 420 Euro aus. Das vergangene Woche brachte einen absoluten Shopping-Rekord. 560 Millionen Euro in zwei Tagen. Kein Wunder, der wohl früheste Weihnachts-Sale begann schon vor vielen Tagen. Etliche Geschenke sind schon um bis zu 55 Prozent im Preis gesenkt worden. Ruhe gibt es im Handel aber auch nach dem Fest nicht. Ab dem 27. Dezember werden Geldgeschenke und Gutscheine in Waren umgetauscht. Ein Zehntel der Weihnachtsausgaben werden noch bis Neujahr getätigt.